Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ich höre was. Hast du mich erschreckt, Alter? Was tust du denn? Ich bin erschrocken, ey. Wer hat ne Kopfkamera? Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Boah, ich bin erschrocken, Alter. Das ist nie los. Alter, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin tot. Alter, Alter, Alter. Ein Kinderlachen in einer gruseligen Stadt ist gruselig. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschrecken Sie sich vor der Packungsbeilage oder veränstigen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.